Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video. Das ist nämlich die Auslosung von den 1000 Abonnenten Gewinnspiel. Es haben 65 Leute mitgemacht, worüber ich super super glücklich bin und total dankbar bin. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ich wünschte, ich könnte 65 Preise rausgeben. Das klappt aber leider nicht ganz so gut. Aber ich habe über den Zufallsgenerator, über den Computer einmal dann die 5 Gewinner gezogen und die wollte ich euch einmal kurz präsentieren. Und habe auch schon Kartons soweit vorbereitet, damit ich nicht hinterher denke, wie kriegst du das alles rein? Jeder bekommt noch eine Dankeschön-Karte. Die kann ich euch ja nochmal kurz zeigen. Die sieht dann so aus. So oder so ähnlich. Also alle haben das so ähnlich oder so. Und da kommt dann noch ein netter Gruß rein. Aber noch habe ich ja nicht von allen die Namen, sondern es sind ja immer Nickname oder YouTube-Name. Deswegen bitte bis zum 1.3.18 Uhr eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht unten in der Infobox. Dringend hinschreiben, weil sonst muss ich den Gewinn am 1.3. neu verschenken, verlosen. Und das möchte ich eigentlich nicht, weil die 5 Gewinner, die es jetzt geworden sind, es hätten auch andere sein können, die sind durch Zufall zustande gekommen. Und ich möchte das erste schon mal auflösen. Der erste Gewinn geht an... Loka Art. Kann man das erkennen? Ich hoffe. Ich habe jetzt hier voll dieses Licht an. Loka Art. Ich werde die Gewinner auch in der Infobox mit ihrem YouTube-Namen nochmal auflisten, damit man das auch erkennen kann. Du bekommst dieses Paket. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es ist so eine gebastelte Kleinigkeit dabei. Genau. So. Das ist zwar nur ein kleiner Karton, aber ein schöner Karton. Mit dem Gewinner drin. Dann haben wir vom Gewinner Nummer 2. Da ist das das Nienchen. Die liebe Nina Nienchen heißt es ja auf YouTube. Für dich ist dieser Preis. Dieser Gewinn. Ah, jetzt bauen die Kartons aber nicht so, ne? So. Dann habe ich hier einen Karton. Einen der dritte Preis. Also nicht in einer Kategorie, sondern irgendwie muss ich die ja benennen. Dieser Preis mit dem Papier und schon bastelnden Sachen da drin geht an Miss 100 Morgenwald. Da brauche ich also die Adresse, damit ich euch das zuschicken kann. Und dann haben wir hier einen Karton. Und das geht... Wo ist der Zettel jetzt hin? Da. Drepper Gertrud. Auch dir gratuliere ich dir ganz herzlich. Und dann haben wir hier noch einen Gewinn. Und zwar... Haben wir hier... Genau. Andis kreative Welt hat diesen Preis gewonnen. Genau. Ja, also. Meldet euch bitte bis zum 1.3. 18 Uhr. Damit ihr den Gewinn auch bekommen könnt. Und ich brauche eure Adresse. Das wäre toll. Andi, meine E-Mail-Adresse. Und sobald ich es rausgeschickt habe, verschwindet, lösche ich die Adresse von euch auch. Und... Genau. Dann sage ich nochmal tausend Dank an alle, die mitgemacht haben. Und weil mir das so viel Spaß gemacht hat, gibt es da bald eine andere Aktion. Ihr müsst im Kopf noch ein bisschen dran feilen, wie ich das am besten mache. Aber da wird es demnächst wieder was geben. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich für die 5 Gewinner. Ich freue mich, dass sie so viel mitgemacht haben. Und ich freue mich dann, euch beim nächsten Video wiederzusehen oder einen Kommentar von euch zu lesen. Macht's gut, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.